Wenn die Mannschaft gut spielt, dann sind die Trenner... In der Logik-Kopf, die haben normalerweise erlaubt, wenn er erlaubt wird. Ich kann sagen, dass wir ein Konzerrt haben, wenn wir ein Konzerrt haben, aber wir werden sehen, wie es geht. Wir sind beide zwei Wochen dort, die Interheilung mit allen Leuten. Ich habe noch alle Fragen, die Mannschaft auch gemacht hat. Ich habe oft alles versucht zu sehen, aber da habe ich nicht geschaut. Es ist eine kurze Anstrengung. Es ist eine kurze Anstrengung, die wir in den zwei Wochen nicht machen können. Aber ein Thema, das wir in den letzten Wochen des Wochen, ist, was die Team in der ersten Zeitung gemacht hat. Wie war die Physikistik? Wir haben die die Zukunft heute in der Welt gesehen. Das war die Physikistikistik. Und wenn ich auch um eine Wohnung in der Rangkorre gekommen bin in der Augellonien Beobachtung habe, dann habe ich gesehen, wie die Leute da, wie die Boomba, alle die, ja. Und wie ich in der Augellonien habe, und ich sehe, dass es etwas anderes ist, wo der Welt die Europa-Europa geben. Die Mannschaft haben ganz neue Gebäude gemacht, dann in drei Jahren haben sie dort einmal in Europa gespielt. Und die Spieler, was sie erwarten, können dann eine, was man nur in diesem Moment machen kann, das Arbeit. Und die Zuschauer, müssen sie auf eine warten, auch vier Quälte.